So Freunde, Tag 3, jetzt ist quasi, ist es dann schon Weihnachten? Ja, sozusagen. Ne, es ist noch nicht Weihnachten, vor Weihnachtsabend. Ein Tag vor Weihnachten. Unsere Lieblingsjubel, her piece. So, ihr macht das mal in der ersten Runde. Also ich denke mal gleich zu Anfang. So, die Einsteiger schaffen auch 10 Stück. Ihr macht die dann halt gleichmäßig im Tempo und nicht durchbauen. Und dann macht ihr normale, Feuer frei. Die Profis, immer die Brust dem Boden zu haben. Ja, wenn möglich, aber es war schon gut. Immer schön weiter, die Leute wollen das sehen. Und geht mal nicht so sehr ins Hohlkreuz, wie Cinderella hier. Ja, die verbiegen sich dabei immer. Und wenn ihr dann quasi so über 10 Stück rum habt, könnt ihr eine Minute Pause machen. Ich sage mal, die Cracks, die sind 20, 30 überhaupt kein Problem. Das teilt ihr euch selber ein. Ich denke mal, ihr solltet hier auch vielleicht gucken, dass die Cracks zumindest die 300 hinkriegen. Und hier variieren wir diesmal von Satz zu Satz. Okay, wenn ihr den ersten Satz habt, macht ihr eine Pause. Okay? So. Beim nächsten Satz macht ihr doppelt Liegestütze. Erstmal. Ihr geht quasi runter. Legt euch hin. Kommt wieder hoch. Legt euch nochmal hin. Dann kommt ihr wieder hoch. Anhocken. Und den Sprung. Ich zeige es nochmal. Unter, hinlegen, wieder hinlegen, genau. Anhocken und den Sprung. Davon guckt ihr auch immer, dass ihr so 10 bis 30 Stück durchführt. Okay? Beim nächsten machen wir die mit Doppelhocken. Und fort. Okay? Anhocken. Hattest du nicht verstanden? Also nochmal. Unter, abhocken, anhocken, abhocken, anhocken, hinlegen. Das klingt glöckchen ins Auge, nicht ganz gefährliche Geschichte. Nicht glöcklich. So bestimmt Corona von der Scheibe. Oder auch irgendwas anderes krasses. So. Und dann guckt ihr mal. Das hat quasi die Doppelhocken und die Doppelliegestütze und die normalen. Möglichst durchgängig variiert. Und jetzt haben wir mindestens 10 Sätze durchzieht. Beziehungsweise die großen, starken Jungs. Die 300. Okay? Sportbar. Bis gleich.